Der achtseitige Antrag für das Alternativ-für-deutschland-Verbotsverfahren ist geleakt worden und liegt der Welt exklusiv vor. Jetzt gucken wir uns an, was da drin steht. Es geht sogar um die vollständige Enteignung, denn wenn die Partei verboten ist, wird sie aufgelöst und der Staat bemächtigt sich dem Geld. Was mit dem Geld gemacht wird, da gibt es auch schon interessante Punkte drüber. Und damit Moin zusammen, ich bin Olli Willingen direkt los. Und ihr seht das hier, ein interessanter Welt-Plus-Artikel betitelt, Antrag liegt der Welt vor. So begründen die Abgeordneten ihren Ruf nach einem AfD-Verbotsverfahren. Und das ist wirklich schon ganz, ganz harter Tobak, was hier an Vorwürfen in diesem achtseitigen Antrag von dem ehemaligen Ostbeauftragten der Bundesregierung, der CDU, Marco Wanderwitz, als Idee hier vorschwebt oder als Anschuldigung auch vorschwebt. Das Ergebnis ist ja dann schlussendlich das Verbot. Und dann heißt es nämlich hier, darin wird ein Entzug des AfD-Vermögens beantragt für gemeinnützige Zwecke. Der AfD wird vorgeworfen, Zitat, in Teilen der verlängerte Arm autoritärer ausländischer Regime zu sein. Ja, also abstrakter könnte es wirklich nicht mehr sein. Ihr könnt ja mal jetzt in die Kommentare reinschreiben, seid ihr für ein Verbot einer demokratisch wählbaren Partei, ja oder nein? Auf der einen Seite, da habe ich wieder so zwei Herzen in meiner Brustschlange, auf der einen Seite sage ich ganz klar, sollen sie machen. Sollen das Verbotsverfahren starten, es wird eh nicht durchkommen. Und das ist wie ein Lottogewinn für die Alternative, dass sehr, sehr viele Leute sich genau mit der Partei noch mehr beschäftigen werden und sehen werden, das ist Schwachsinn, die wähle ich jetzt erst recht. Jetzt erst recht, nach dem Motto. Auf der anderen Seite, die Gefahr, dass sie wirklich verboten würde, die besteht. Die kann man nicht einfach so komplett wegreden und ignorieren. Wir wissen ja mittlerweile, wie unsere Gerichte arbeiten und alles und sehen das, ja. Und vielleicht würde es tatsächlich wirklich dazu kommen. Wir wissen ja, von der NPD hat man ja bei einem Verbotsverfahren davon abgesehen, die Partei zu verbieten. Warum? Unter anderem ja deswegen, weil verdammt viele Leute vom Verfassungsschutz in den oberen Positionen gesessen haben und genauso, weil man gesagt hat, die Partei ist so klein, die ist so irrelevant, die brauchen wir nicht verbieten. Das ist nicht notwendig. Aber dass man eine AfD mit ca. 20% in den aktuellen Umfragewerten für die Bundestagswahl verbieten möchte, ja, da haben sie offensichtlich einen Grund gefunden. Und da wird jetzt offensichtlich hart dran gearbeitet. Die mindestens 37 Abgeordneten des Bundestages sind dabei. Die Frage ist, kursieren, wie gesagt, ein paar solcher Listen. Und je nachdem, welchen Namen da draufsteht, man sich so durchlegt, kann man das schon glauben. Das sind genau die richtigen Kandidaten, dass sie das halt sind, die das wünschen. Aber die Frage wird halt wirklich dann sein, wie wird auch so eine Abstimmung ablaufen? Aber da mache ich nochmal ein komplett separates Video zu. Denn jetzt gucken wir uns nochmal hier diesen Antrag genau an. Der ist nämlich wirklich ganz brisant. Zitat aus dem Papier geht hervor, dass im Fall der Feststellung der Verfassungswidrigkeit in Karlsruhe beantragt werden soll, das Vermögen der Alternative für Deutschland nach § 46 Absatz sowieso hier zugunsten der Bundesrepublik Deutschland für gemeinnützige Zwecke zu entziehen. Und das gibt es wirklich, da gibt es ja, wir haben ja alles Regeln und Gesetze in Deutschland, wir kennen das hier, da sehen wir das. Im BVERFGG sehen wir hier, Gesetz über das Bundesverfassungsgericht und so weiter. Und im § 46 Absatz 3 Satz 2 sehen wir hier, Zitat, das Bundesverfassungsgericht kann in diesem Fall außerdem die Einziehung des Vermögens der Partei oder des selbstständigen Teils der Partei zugunsten des Bundes oder des Landes zu gemeinnützigen Zwecken aussprechen. So, nehmen wir mal an, die AfD hat jetzt ein Vermögen von, was können die haben, 20 Millionen, 50 Millionen, keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Richtung vermute ich einfach mal, vielleicht auch mehr. Und dieses Geld nimmt man dann für gemeinnützige Zwecke. Ich habe da so eine Vermutung für den Kampf gegen rechts, würde das bestimmt eingesetzt. Aber denkt mal darüber nach, Leute, wir haben ca. 11,62 Millionen potenzielle AfD-Wähler in Deutschland. Die sind ja nach einem AfD-Verbot nicht einfach weg. Das ist ja auch das, was ich in meinem letzten Video zu dieser Thematik gesagt habe. Es würde ja dann darauf hinauslaufen, dass eben die Leute, die so eine Partei wählen wollen, eine andere Partei finden. Sei es eine Werteunion, sei es ein Bündnis Deutschland, sei es eine Hans Wurst, sei es eine AfD 2.0, weil eine neu gegründete Partei kommt oder sonst irgendwie etwas, was ihre Werte und ihre Meinung vertritt. Also das schaffst du gar nicht. Ich habe bei Statista gerade noch mal nachgeguckt. Das ist eine Plusgrafik, deswegen kann ich dir nicht zeigen, wie viel hier Aufgliederung der Einnahmen der Alternative für Deutschland in den Jahren 2017 bis 2022. Und die hat Gesamteinnahmen 2022, Runde jetzt, 23 Millionen gehabt, 24 Millionen 21, 2020 waren es 24,5 Millionen, dann waren es 2019 26 Millionen und so weiter. Also so um die, ich sag mal, zwischen 25 und 30 Millionen Euro. Setzt sich zusammen aus staatlichen Mitteln, dann Spenden von Personen, von Vereinen und alles juristischen Personen, Einnahmen aus Veranstaltungen, sonstige Einnahmen, Bandatsträger, Beiträge und so weiter und so fort. Mitglieder Beiträge ist auch ein großer Batzen mit 3,8 Millionen im vorletzten Jahr. Also definitiv, denke ich, kann man davon ausgehen, dass die Partei vielleicht sogar noch mehr Vermögen hat. 20 Millionen, 50, 100, 150, wer weiß, irgendwas in diesem Bereich wird es da auf jeden Fall geben. Es werden einige Millionen Euro sein und offensichtlich ist das auch ein wichtiger Punkt, an das man dran möchte. Es geht wie immer nur um die Kohle. Aber interessant wird es bei den Vorwürfen. Zitat, die Würde des Menschen sowie das Diskriminierungsverbot werden durch die AfD, ihre führenden Funktionäre sowie zahlreiche Mandatsträger und Mitglieder mittlerweile unverhohlen in Frage gestellt. Die Rechte von Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung oder solcher mit nicht heteronormativer Sexualität sowie Angehöriger autochotone nationaler Minderheiten und Volksgruppen sollen nach dem Willen der AfD zugunsten einer völkisch-nationalen Stärkung eines vermeintlichen Deutschtums bestärkt oder beseitigt werden. Also was hier für Unterstellungen drinstehen. In diesem Verbotsantrag, das kannst du dir beim besten Willen alles einfach nicht mehr ausdrücken. Das ist wirklich ganz, ganz harter Tobak. Das Ganze geht hier noch weiter. In dem Antrag wird das Ganze auch noch begründet. Also der Verbotsantrag hier mit Forderungen nach einer millionenfachen Remigration, die weit über jegliche rechtsstaatlichen Rückführungswillen Ausreisepflichtiger hinausgehen. Und auch noch interessant sind die Vorwürfe bezüglich hier, dem gerade vor Gericht stehenden Gruppe und dem Herrn Heinrich VIII. Prinz Reus sowie mit dem Zugang in den Bundestag für eine, Zitat, Vielzahl von Extremisten und Verfassungsfeinden unter den Mitarbeitern der Abgeordneten. Und darüber hatte ich ja auch mal berichtet. Dann gab es ja die dubiosen Zahlen. Wie viel waren das? 120 Mitarbeiter oder sowas von der AfD? Es wird einfach nur die Zahl von 100 in den Raum geworfen. Mehr als 100. AfD im Bundestag beschäftigt mehr als 100 Rechtsextreme. Wie natürlich so eine Einstufung dieser Betitelung zustande kommt, das ist natürlich sehr, sehr diskussionswürdig, wie ich persönlich finde. Da könnt ihr eure Meinung mal zu unten reinschreiben. Aber man sieht, die haben ein paar Punkte zusammengetragen. Ob die natürlich ausreichend für ein Verbotsverfahren, das wage ich jetzt mal an dieser Stelle hier ganz klar zu bezweifeln. Und da sollte ein Gericht natürlich sich auch mal wirklich ganz neutral Gedanken darüber machen. Liegt das vielleicht auch daran, weil zahlreiche der Leute, die diesen Antrag unterstützen, Angst um ihr Amt haben, dass sie verlieren werden in dem einen oder anderen Parlament? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, das würde ja keiner hier an dieser Stelle unterstellen. Weiß Gott nicht. Das kennt ihr doch. Nein, nein, natürlich nicht. Und an der Stelle noch ein wichtiger Hinweis auf Freedom24. Bei Freedom24 habt ihr die Möglichkeit, hier zum Beispiel Tagesgeld und auch sehr attraktiv verzinst euer Festgeld anzulegen. Keine Anlageberatung natürlich an dieser Stelle, aber ist ein wichtiger Partner hier bei mir im Kanal, den ich euch auch gerne zeige, weil ich ihn selber seit Jahren schon sehr, sehr gerne nutze. Denn neben der Festgeld- und Tagesgeldanlagemöglichkeit habt ihr auch die Möglichkeit, euer Geld hier in Aktien und ETFs sehr günstig zu investieren, beziehungsweise günstig diese Aktien und ETFs zu kaufen und dementsprechend für euch selber vorzusorgen. Weil was hier in Deutschland abgeht, das wird nicht lange mehr gut gehen. Das wird nicht mehr funktionieren. Und wir sehen ja hier, dass so etwas funktionieren kann. Ich bin aktuell 14% im Plus. Keine Anlageberatung, muss jeder für sich selber entscheiden, welche Aktien er kauft oder was er überhaupt macht. Aber guckt euch Freedom24 gerne mal an. Ich packe euch den Link unterhalb des Videos in die Beschreibung natürlich rein. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf eure Einschätzung, eure Meinung zu dem Thema rund um das AfD-Verbot. Und auch dieser Antrag, seht ihr das als sinnvoll an? Und was denkt ihr, wie sind auch die Erfolgswahrscheinlichkeiten, wenn solch ein Antrag wirklich kommen wird? Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten und ciao.